Willkommen YouTube zu einem Let's Play Survivors Beta. Hier ist euer Non-Paid Metalhead. Ich erkläre euch das Spiel mal kurz. Es ist im Grunde genommen wie Slender. Nur mit dem einzig großen Unterschied, dass das Spiel Multiplayer ist. Man kann es natürlich auch mit Signal Player spielen. Wenn ihr Tungels oder Hamachi habt, gebt ihr einfach die IP unseres Kollegen ein und schwupps Shiekaza ihm. Ihr seid noch sieben als Server. Ihr läuft kein Slender rum. Ganz im Gegenteil, ihr läuft ein Werwolf rum. Und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr euch das Spiel holt. Es ist alles verlegt, braucht ihr euch. Und ihr könnt gerne runter, alles kostenlos und bierenfrei. Macht um Gottes Willen die Boxen leiser. Das Vieh schreit so was von dermaßen laut. Und das Spiel das erste Mal gespielt habe. Ich dachte, ich stehe in Mexiko. Das war so dermaßen laut, das Vieh. Ich glaube, das ist so sinnvoll. Und es teleportiert sich wie Slender immer von A nach B. Was ich eigentlich sehr lustig finde, wenn man dadurch sehr ... E etcetera, sag mal vermagte Wigelie Das war ein sehr kurzes Let's Play Und Ja Das ist mein Handy Und ja Ich hoffe ihr holt euch das Spiel Schreibt von mir aus noch gerne einen Kommentar drunter Wie ihr das Spiel findet Und ja Bis dahin Erschreckt euch schön Und von mir aus Noch einen schönen Tag Oh Gott, oh Gott